Christian Gaudin, Ihre Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, hallo zusammen. Natürlich bin ich ein bisschen traurig, weil manche Spieler haben gut gekämpft, sie haben gut gespielt und sie haben viel, viel gearbeitet in den letzten fünf Wochen. Das ist Sport, wir haben die erste Halbzeit gewonnen. Kommersbach die zweite Halbzeit. Ich glaube, Ötter haben nicht so schlecht in Deckung, weil wir haben nicht so viel Zeit gehabt, für unsere Deckung zu arbeiten. Aber das funktioniert relativ gut, Ötter haben. Und im Angriff haben wir auch gute Sachen gesehen. Und ja, manchmal in der zweiten Welle haben wir ein bisschen den Kopf verloren und zu viele Bälle zu schnell verloren. Aber nochmal, ich bin froh für meinen Spieler, weil ich weiß, was sie in der letzten Zeit geliebt haben. Sie wissen alles. Und die letzten fünf Wochen war sehr intensiv. Und ja, das ist ein guter erstes Spiel für uns. Ein Punkt, das ist nicht so schlecht gegen Kommersbach, weil Kommersbach eine gute Mannschaft hat und sie haben gut gespielt. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.